Sie sind ja Gott sei Dank auch jetzt nach dem ersten Anfall noch bei uns. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir hier jetzt ein ganz kurzer Abschied zu erinnern, denn es ist ja kein Abschied, sondern es ist einfach nur ein Übergang dafür, dass Sie jetzt nicht mehr für eines und jedes direkte, verantwortliche Ansprechpartner sind. Ich glaube, jetzt wird es richtig lustig, denn wenn ich Herrn Schultkowski gerade so gesehen habe, der sieht blendend aus. Sie sehen auch blendend aus. Dass das so bleibt, dafür hat sich die BTV ein bisschen was überlegt, denn wir haben natürlich jetzt ein bisschen gedacht, was Sie wohl jetzt außerhalb der Zeit, die Sie hier im Theater oder im Choraus verbringen, werden sonst noch alles gerne tun. Und ich denke, da werden Sie was finden, was Ihnen Spaß macht. Natürlich auch nicht. Also vielen herzlichen Dank und ich freue mich, dass Sie weiter hier sind. Dankeschön. Ja, sehr, sehr lange. Als Vertreter des Ubris habe ich ja von Franks Worte gesagt, aber jetzt bin ich als Vertreter des Aufsichtsrats von Herrn Sacher hier. Ja, ich glaube, ich bin ja fast der Dienstälteste jetzt im Aufsichtsrat, seit 25 Jahren fast im Aufsichtsrat. Und da haben wir uns kennengelernt, Herr Lang und ich. Und es waren sehr schöne Zeiten. Ich weiß noch, als es hier ehrenamtliche Geschäftsführer seitens des Landkreises gab, Frau Völksch und als noch Siegfried Walther, der aussieht, als wir uns Anfang der 90er waren. Und als es damals die Idee gab, das Ganze zu einem Kongresszentrum umzubauen und die Pläne. Anfang der 90er waren die Zeiten noch ganz anders als jetzt. Ja, es waren immer schöne, aber auch viele, viele schwierige Zeiten. Danach haben wir ja in den 90er Jahren seitens durch der Stadt auch das Karl-Marie-Von-Weber-Theater umgebaut und haben dann die Theater- und Veranstaltungsgibliari so umgeformt, wie sie jetzt ist, mit Bezuschussung durch die Stadt. Und das, was sehr wichtig ist und was ich sehr gut finde, dass der Landkreis als Gesellschaft da agiert hat und auch agiert ist, finde ich sehr gut und sehr wichtig für uns, dass wir zusammen stark sind und für die Kultur kämpfen hier vor Ort. Und da haben Sie uns auch immer unterstützt mit allen den Geschäftsführern, unter denen Sie auch hier gearbeitet haben in den letzten Jahren. Sie sind ja die Institution hier, Sie kennen jedes Knöpfchen, jede Schraube, alles hier in diesem Hause. Und Sie werden ja weiterhin das Haus mit dem Kardewan und den vielen Einstitutionen weiterhin da was betreuen sammeln. Und wir werden uns öfters in der Neuborna sehen. Dann können Sie Ihren Garten pflanzen. Ich habe von Experten gehört, sie ist winterfest, die Pflanze, also auch bei der Neuborna geeignet. Ja, wünsche Ihnen alles, alles Gute im Namen von Herrn Sacher, ausdrücklich auch mal alles, alles Gute. Vielen Dank für die angenehmen, gute Zusammenarbeit und weiterhin viel Spaß in Bernburg bei der Kultur. und bleiben Sie der Kultur treu weiterhin. Das ist wichtig. Ja, danke. Alles Gute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.